Die DHFPG entwickelt ihr Studienkonzept stetig weiter und passt es immer wieder an die sich ändernden Bedürfnisse der Studierenden und Ausbildungspartner sowie an die aktuelle Situation im Markt und in der Gesellschaft an. Bachelorstudierende absolvieren die betriebliche Tätigkeit in einem Ausbildungsbetrieb ihrer Wahl. An den kompakten Lehrveranstaltungen nehmen sie grundsätzlich vor Ort an einem der elf Studienzentren in Deutschland, Österreich oder der Schweiz teil. Vereinzelte Lehrveranstaltungen können auch in Livestream Präsenzphasen durchlaufen werden, sofern die Einwilligung des Ausbildungsbetriebes vorliegt. Auf begründeten Antrag besteht zudem die Möglichkeit, die Lehrveranstaltungen rein digital on demand zu absolvieren. Mit dem Studienbeginn erhalten die Studierenden einen festen Platz in einer Studienklasse. Dieser Platz bleibt für das gesamte Studium reserviert. Während der Vorortpräsenzphase an den Studienzentren und der Livestream Präsenzphasen werden die Studieninhalte gemeinsam aufbereitet und besprochen. Im Studienformat digital on demand erfolgt der Austausch mit dem Tutoring Team. Die Termine für alle Lehrveranstaltungen und Prüfungen werden mit dem Studienbeginn bekannt gegeben. Sie sind für die gesamte Studienzeit zugesichert, so auch die Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit. So haben alle Beteiligten eine konkrete Vorstellung des Ablaufs und können das Studium gut und vorausschauend planen. Zusammen mit einer persönlichen Betreuung sichert dies einen erfolgreichen Studienverlauf. Die DHFPG wünscht viel Erfolg.